Ja, ich habe da die SMS bekommen und es scheint irgendwas in der Packstation zu sein. Na mal sehen. Okay, also Karte rein, Code eingeben und Tür geht auf und wir haben... AHHHHH! Na jetzt reicht's aber. Geh mal rüber. Und da haben wir schon den Inhalt der Packstation, Leute. Und damit herzlich willkommen hier bei MiAppleCard. Und wie der aufmerksame Zuseher schon bemerkt hat, ist da irgendwas drin, was nicht mit iOS läuft. Aber keine Sorge, Leute, ich bin nicht vom Glauben abgefallen. Dennoch habe ich mir hier das Moto G bestellt. Und ihr seht schon, nach dem Auspacken haben wir hier etwas Besonderes, denn da ist ein Netzteil drauf, was normalerweise nicht mitgeliefert wird. Also vielen Dank an Amazon an dieser Stelle für diesen kleinen Bonus. Wie ihr auf der Seite sehen konntet, habe ich mir hier das 8 GB Modell bestellt für sagenhafte 169 Euro, was wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Und bevor jetzt sich einige hier aufregen, ich sage euch gleich, als Zweitgerät finde ich das Moto G super, aber es ist wirklich kein Ersatz für das iPhone. Dennoch genieße ich die Abwechslung zwischen der Benutzung von Android und iOS. So, nun wird es aber Zeit für das allseits bekannte Unboxing-Messer, damit wir mal einen Blick in den Packungsinhalt werfen können. Und wenn ich hier aufklappe, seht ihr schon direkt oben aufliegen das Motorola Moto G. Und das legen wir erst einmal zur Seite, denn es ist ein Unboxing und ihr wollt wissen, was noch alles in der Packung drin ist. Und die Geschichte ist relativ schnell erzählt, denn wie ihr seht, ist da relativ wenig drin. Wir haben ein Micro-USB-Kabel, ein bisschen was an Lesestoff, ein Schnellstart-Guide, wo erklärt wird, wie ihr die SIM-Karte einlegt und dieser ganze Kleinkram. Allerdings haben wir standardmäßig wirklich kein Netzteil hier mitgeliefert. Das ist in meinem Fall nur ein Bonus von Amazon gewesen. So, dann kurz zu den technischen Daten. Wir haben hier ein 4,5 Zoll-Display mit einer Diagonale von 11,4 Zentimetern und einer Auflösung von 1280x720, was zu einer Pixeldichte von 329 ppi führt, was absolut vergleichbar ist mit der Pixeldichte des iPhone 5. Und wir haben installiert die Android-Version 4.4.2 KitKat, also die aktuellste Version. Befeuert wird das günstige Smartphone von einer Quad-Core-CPU von Qualcomm mit einer Taktrate von 1,2 GHz. Ebenfalls enthalten ist eine Adreno 305-Grafikeinheit mit 450 MHz. Die Schnittstellen sind eigentlich die üblichen. Ihr habt einen Micro-USB-Anschluss auf der Unterseite, ihr habt einen Power-Button auf der rechten Seite sowie eine Volume-Hoch- und Runter-Wippe und ganz oben auf habt ihr noch einen 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss. Wie ihr seht, kann man das Rückteil abnehmen, allerdings kann man darunter keinen Akku wechseln, denn der Akku ist fest verbaut mit einer Kapazität von 2070 mAh. Allerdings könnt ihr unter der Abdeckung dann eure Micro-SIM-Karte einlegen. Die Rückseite bekommt man auch in verschiedenen Farben zu kaufen. Ich habe euch hier mal einen kleinen Ausblick aus Amazon geliefert, wo ihr sehen könnt, welche Farben es gibt. Und ich muss sagen, insgesamt fühlt sich das ganze Gerät wirklich recht wertig und solide an. Die Rückseite ist etwas samtweich mattiert und liegt sehr gut in der Hand. Das Gerät hat auch ein gewisses Gewicht, also es ist kein Leichtgewicht, aber gerade das Gewicht führt auch dazu, dass sich das Ganze recht solide und wertig anfühlt. Und während jetzt das Gerät einmal komplett hochfährt, ein kurzes Wort zur Akkulaufzeit. Ich habe es wirklich unter schwerer Belastung, also viel spielen, viel lesen, Video schauen, wirklich komfortabel über einen ganzen Tag gebracht. Und ich denke, bei moderater Nutzung kann man sogar zwei Tage Akkulaufzeit erreichen, was sehr, sehr gut ist. Hier habt ihr nochmal kurz den Größenvergleich mit dem iPod Touch, der ja eine Diagonale bzw. eine Displaygröße von 4 Zoll hat. Und ja, Leute, das war's. Das ist erstmal das Unboxing des Moto G. Wie ich finde, wirklich ein sehr gutes Zweitgerät. Und probiert es doch mal selbst aus. 169 Euro. Billiger geht's kaum. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Apple iPhone, iPad und Co., die besten Jailbreak Tweaks, nützliche Tipps, Technikspiele und noch mehr. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MeAppleCat. Die Katze hat gesprochen. MeAppleCat. Nur bei YouTube. Viel Spaß dabei. Wow.